Du hast ihn gerade übelstubated, Alter. Oh, er hat es noch... Nein, er hat es nicht geschafft! So, ich habe es doch bis ausgerüstet. Was? Er ist über die Dingle laufen. Safe ist aber nicht. Wie... Ja, ist 100%, da war ja keiner drinnen, aber wie der das hinkriegt... Und sowas hat Gjallarhorn mit cut. Das hat jetzt keiner gesehen. Ich wurde von den Ads da reingedrückt. Das ist echt traurig, Mann. Ich kann nicht diese scheiß Stiefel ausziehen. Er fällt es nicht, er fällt drunter. Wie? 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 Er ist einfach viel zu spät gesprungen, Alter. Das ist echt... Du kannst mit Hunter ja auch einiges an Distanz zurückdenken, aber ich meine, sie spielt ja zum ersten Mal Hunter oder sowas, Alter? Das war ja richtig scheiße. Ich glaube, der spielt zum ersten Mal Destiny. Überhaupt, Alter, eher an. Ich finde es geil, wie er sich extra den Anlauf nimmt, Alter. Das ist geil, Alter. Das ist geil, Alter. Wieso lässt er sich immer fallen, ey? Das ist so ein... Ist der Blinder? Das ist so geil, ey. Das Anlauf nehmen ist aber echt das allergeilste, Alter. The fuck? Achtung, du musst ihm aus dem Weg gehen. Sonst kann da keine Ahnung. Ich wollte es ihm ganz... Alter, das ist doch nicht sein freiches Ernst. Das ist doch nicht sein Ernst. Spring doch von der Kante weg, du Opfer. Oh, Mann. Noch mehr Anlauf, Alter. Das... Das kann nicht wahr sein, Alter. What is that? What the fuck is that? Das muss ich zwischenzeitlich mal klippen, sonst überschreite ich die Minutenmarke. Das kann sich ja kein Mensch ausdenken, Alter. Das musst du mir ja festhalten, Alter. Das ist ja nicht mehr normal aufkommen, Alter. Ey, das... Ich hab... Das kann man lesen, was ich in Chat geschrieben habe, oder? Ja. Alter. Durch den Dungeon gekommen. Wie? Erklär mir das bitte mal einer. Was war denn das, Alter? Der ist ja irgendwie zurückwärts gesprungen. Das sieht irgendwie aus, aber irgendwie mit so einem Major-Input-Lag spielt, Alter. Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Das hab ich noch nie gesehen, Alter. Das wär so geil, wenn die's jetzt auch nicht schaffen, Alter. Auf der Kacken. Ich bin echt am Verzweifeln, Alter. Scheiß... Der... Er hat mich... Er hat mich gedrückt. Das... Das war das Problem. Das hab ich noch nie erlebt, Alter. Also ich mein, ja, dass der Scheiß-Mäntel irgendwie mal nicht greift. Das hab ich auch oft genug. Auch offente. Aber... Das... Äh... Oh je. Ja! Ja! Oh! 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 Halleluja! 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 Oh je. Oh nein. Ich hasse das. Das war diese Scheiß-Latch wieder. Weil das da so schräg runtergeht und dann rennst du da in der Luft und dann... Alter, das ist so ein Kack, Mann. Wer sich das hat einfallen lassen, ist ein richtig, richtig räudiger Wichser. Ja, das ist auf jeden Fall alle Klappen. Oh mein. Tömer. Er ist einfach vorwärtsgelaufen und runtergefallen wie ein Müllstein. Da hat gar nichts gemacht, Alter. Das ist noch nicht mal ein Ansatz von einem Sprung bei der da, Alter. I can be your hero, baby. Oder, ey... Ey, der braucht ein Schwert, Alter. Das ist ja nicht mehr normal, Mann. Ich mein, der springt jetzt so wenigstens früher. Und jetzt hat er es geschafft. Das ist so cool.